im jahr 2011 fand jetzt das neunte deutsche fest statt es war wieder prima aus dem rennen gab es nur einige highlights darunter auch das fahren mit einem powerboot da müssen wir jetzt hin wir wollen hingehen wo das boot abkommt hier wird noch etwas gebaut da ist etwas in die schraube gekommen die mannschaft versucht jetzt ihr bestes um das wieder gar nicht zu geben nun ist alles soweit der fahrgast steigt ein und bei uns werden beide festgemacht da sie ja über 200 gm über tot 1 steht die schicht das ist die antworten ein klopper noch aufs dach und es geht jetzt los die maschine wird angeworfen ja 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 diese kleine einlage kann nur einer machen der sein boot beherrscht und das beherrscht der apollo auf jeden Fall denn so ja